Hallo YouTube, herzlich willkommen. Wir schauen heute gemeinsam in, ja, Shadows of Doubt und ist ein, ja, ein Detektivspiel in einer Sandbox-Welt, also eine Welt, die sich selber so ein bisschen, wo so ein paar Sachen sich zufällig generieren. Der Chat ist auch dabei, es kann sein, dass Musik gerade ein bisschen laut ist, aber ich glaube, es wird gleich wieder leiser, sonst schalten wir es einfach leiser. Aber, ähm, und ja, das ist jetzt die Demo, die geht 90 Minuten, wir schauen einfach mal rein und lassen uns überraschen, was das Spiel zu bieten hat. Also wir klicken auf ein neues Spiel und wählen den Story-Modus aus, wir generieren uns natürlich eine eigene Stadt. Ähm, hat jemand eine Idee für den Stadtnamen? Ich wäre jetzt ansonsten, geht aber, na gut. Tortuga, habe ich es richtig geschrieben? Ja, Tortuga ist schön, bestätigen. So, klein, man kann noch nichts anderes auswählen, nee, man kann noch nichts anderes auswählen, ich weiß auch nicht, was das hier zu sagen hat, keine Ahnung, manche Sachen sind auch noch nicht übersetzt. Ähm, ist aber nicht so schlimm. Wir klicken jetzt auf, äh, weiter und, äh, achso, genau, jetzt müssen wir uns noch hier einen Namen eingeben, das heißt, wir brauchen natürlich jetzt einen Detektivnamen. Lamborghini, das finde ich toll. Lamborghini, schreibt man das so? Okay, Lukas Lamborghini, das ist toll, LL, Lukas Lamborghini, äh, das ist wirklich voll toll. So, unsere Skin Color, keine Ahnung, was habe ich für eine Skin Color? Machen wir einfach so, ne? Männlich, äh, männlich, weiblich, nicht binär. Ja, wir sind jetzt in dem Fall männlich und, äh, wir gehen auf, weiter. Vergangene Ereignisse werden simuliert. Ah ja, möchtest du den Anleitungstext aktivieren? Naja, also ich bin ja ein Profi, aber, ja. Möchte ich. Mitten in der Nacht. Dienstag, 3. Januar, dein Apartment. Merle Hallöchen, wie geht's dir? Oh, schon wieder aufgewacht. Oh, es ist so kalt. Oh, ich glaube, die Strompreise sind einfach zu sehr in die Höhe geschnellt. Also, wirklich. Oh, ich mach erstmal die Lampe an. So, erstmal aufstehen. So. Ah ja, das ist mein Apartment hier. Erstmal Licht anmachen, rausgucken. Oh, richtig schlechtes Wetter hier. So, was ist hier? Police Service, äh, Commendation. Auszeichnung an Alex Lilia. Lila. Entschuldigung. Für herausragende Ermittlungsarbeit. Mhm. Gute Aufklärungsrate, Pflichtbewusstsein. Während der Arbeit in der Mordkommission des 179. Unterdistrikts. So, so. Warte, haben wir hier noch einen Brief oder so? Ah, das ist ein Brief von Alex oder was? Huch, weiter Knopf. Das ist F zum Weitermachen. Aha, was haben wir denn da? Geld. Nehmen wir doch mit. Mit Geld kannst du Gegenstände in der Welt kaufen. Das finde ich doch gut. Upgrades für deinen Charakter erwerben, Informationen bezahlen, dein Apartment dekorieren und sogar irgendwas anderes noch machen. Ne, das ist nicht Minecraft. Was ist das? Wandleuchte. Ach, wir können sogar die Glühbirne rausnehmen. Wie lustig. Okay. Hier ist ein Tresor. Der ist aber geschlossen. Genau. Hatte ich auch noch so im Kopf. Leckt es ein bisschen? Oder ist es nur jetzt bei mir hier? Ruckelt das bei euch oder läuft es flüssig? Oh nein, was für ein schlechtes Wetter. Wo ist denn der Lichtschalter? Flüssig, okay. Hä, wo ist denn der Lichtschalter hier? Hallo? Vermutlich hier. Ah ja. Eine leere Küche. Also ich habe das Spiel ja tatsächlich schon zweimal gestartet, um zu testen, ob es funktioniert. Und auch das Apartment sah da anders aus. Also es ist sehr, sehr cool, weil das war einfach ein anderes Apartment. Das sah komplett anders aus. Nicht komplett, aber schon um einiges. Das Telefon klingelte und er nahm ab. Hallo? Da fehlt der Name. Hallo, wer ist da? Ah ne, das sind ja wir. Ups. Okay, es ist auf jeden Fall niemand drangegangen. Okay, wir legen auf. Durchsucht das Apartment nach Hinweisen. Hä, wer hat uns denn jetzt hier angerufen? Was haben wir da? Inventar zu der Stücke X. Schraubenschlüssel haben wir jetzt bekommen. Schraubenschlüssel, ah ja. Aufbewahrungsbox. Untersuchen. Mietvertrag. Beschlossen zwischen Vermieter Emrian Isar und Mieter Alex Lee. Bezüglich der Vermietung des Apartments dieser Mietvertrag unterliegt den richtigen bla 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 bla. Ah ja. Gültigkeit bis 12 Uhr. Aha, also hier können wir auf jeden Fall unseren Mietvertrag anschauen. War das hier nicht eben? Also wir sind anscheinend nicht in unserem Apartment, ne? Also wir sind anscheinend nicht in unserem Apartment hier. Bei solchen Anrufen pfeife ich normalerweise mit der Hundepfeife ins Telefon. War bestimmt Nina. Ja, wer weiß, ne? Ach so, warte mal. Hier nächste Seite. Ne, ist alles das gleiche. Okay. Also wir sind nicht in unserer Wohnung scheint mir. Wir sind vielleicht zu Besuch. Aber wir sind alleine aufgewacht. Was haben wir hier drin? Okay, können wir wegwerfen. Mit Dalleimer. Okay, das ist schon mal toll. Wir können Sachen wegschmeißen. Kalender. Ja, stimmt. Ne, kann ich nichts. Ich kann nur hier umblättern. Februar, Januar. Wir sind ja gerade im Januar. Februar, März. Keine Einträge. Auch immer das gleiche Bild. September, Oktober, November. Player's Birthday. Also hier sind anscheinend noch Platzhalter im Spiel, die noch nicht eingefügt wurden. Das heißt, vielleicht können wir hier irgendwo unseren Geburtstag dann später eintragen und so. Oh. Okay, hier sind anscheinend Bewohner aus unserer Stadt. Okay, da sehe ich jetzt aber keinen von uns tatsächlich. Kann aber auch sein, dass er bei euch nur die Vornamen genommen hat. 19. Dezember ist dein Geburtstag. Woher weißt du das? Stand das da? Okay, wir gucken mal weiter hier im Apartment. Was haben wir denn hier? Da ist es dicht. Okay, hier sind noch mehr Schlafzimmer. Ach, es standen 19 vor 8. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Aber das Wetter ist natürlich nicht gut, ne? Okay, da steht, ich weiß, da steht überprüft die Eingangstür. Aber ich will natürlich trotzdem alles einschauen. Was haben wir gerade? Büroklammer. Kannst zum Knacken von Schlössern verwenden. Sehr gut. Dietrich, super. Ach, guck mal, hier sind noch weiter. Ach, hier ist ein Schlüssel. Schlüssel erhalten. Für das Building hier. Für das Apartment. Kannst du unter das Bett gucken. Gute Idee. Gute Idee. Stand da? Ich kann mich unterm Bett verstecken. Boah, nice. Also, weil man muss auch später so schleichen und so. Man kann auch irgendwo einbrechen, um Informationen zu finden und so. Okay, wir können uns also unterm Bett verstecken. Das ist schon mal sehr nice auch. Voll cool. Ein Kalender mit nur einem Notiv. Lukas Lamborghini lässt den Kalender auf sich wirken. Zweifel tun sich auf. War es ein Scherz? Ah, geil. Ja, wir sollten einfach eine eigene Geschichte noch erfinden. Guck mal, letztes Mal war auch was anderes im Kühlschrank hier. Rindfleisch. Synthetisches Rindfleisch. Und scharfe Soße. Nehmen wir beides mit. Was ist das? Seifenpads. Also, die 90 Minuten laufen noch nicht. Die laufen anscheinend erst, wenn wir eine Schachtel mit Scheuerschwemmen, die zum Reinigen von Geschirr verwendet werden. Hergestellt aus Seife. Man kann jetzt irgendwie, genau, wir sehen nämlich jetzt hier zum Beispiel, wir sehen jetzt hier, das ist nämlich etwas, wir sehen jetzt, dass wir diesen Beweis, also es ist natürlich in unserem Fall jetzt kein Beweis, aber es könnte ja sein, dass es ein Beweismittel ist. Da sehen wir jetzt Informationen, also wir sehen zum Beispiel, dass wir das hier gefunden haben und wir könnten jetzt zum Beispiel das hier in unserem Board anpinnen. Wir können jetzt sagen, okay, das brauchen wir vielleicht für unseren Beweis später. Machen wir natürlich jetzt nicht, weil das ist ja erstmal unwichtig, aber so kann man das halt mit allen Objekten hier machen und so muss man dann später die Fälle lösen. Also voll cool. Reinigungsspray, Lebensmittelkonserven, okay, das lassen wir. Wir wollen jetzt nicht hier alles ausrauben. Was haben wir denn da? Genau, das ist nämlich jetzt das hier, dass wir das da eben anpinnen können und dann können wir nämlich auch hier, können wir halt Informationen verbinden, um dann später den Schuldigen oder die Schuldige da zu finden. Genau. So, wen sollen wir finden? Finde Gracie Holland auf, was? Ach, wähle den Namen aus. Achso, schaut mal hier. Und jetzt können wir nämlich, das ist also die Person hier, ist also einfach nur eine Notiz mit Finde Gracie Holland und das sollen wir jetzt anscheinend tun. Das heißt, wir können jetzt diese beiden Informationen uns speichern. Es ist dein Apartment, alles legal. Na, ich bin mir nicht sicher, ob das mein Apartment ist. Wie nicht ausrauben? Ja, noch nicht. Gracie Holland, noch nie gehört. Wenn das ein Job ist, ist das eine lausige Art, Geschäfte zu machen. Es ist doch unser Apartment, ne? Hä, wieso? Aber wer ist denn Alex? Ich habe das Passwort auf 1234 zurückgesetzt. Pass auf dich auf. Story, Partner, Casual Name. Da fehlt anscheinend irgendein Name. Okay, das Passwort ist 1234. Wieso gehe ich jetzt eigentlich so langsam? Ich glaube, wir haben hier nämlich einen Computer. Hinsetzen. Zeit vergehen lassen. Also, nein, ich will... Nein, hä? Was habe ich jetzt? Alarm vor. Nee, ich will... Nein, rückgängig. Aufstehen. Doch nicht. Ich wollte an den Computer. Ich wollte zocken. Nein, ich will mich da hinten. Junge. Benutzen. So, jetzt. Also, Passwort war 1234. Okay, ist nicht das richtige Passwort. Der ist für was anderes. Ja, ich glaube auch. Wir speichern uns den mal, okay? Okay, wir nehmen den Notizen... Wir hängen den auch mal hier dran. Das ist also unsere Notiz, die wir eventuell dann auch nochmal brauchen. So, was ist hier? Die Lichtschalter sind ein bisschen blöd platziert. Erstmal auf Klo gehen. Anstehen, muss man morgens erstmal machen. So, hier könnten wir unsere Handtücher trocknen. Wir gucken mal raus. Ah ja, guck mal. Das ist die Stadt. Guck, da laufen schon die ersten Leute rum. Pauline Hallechen. Okay, aber ansonsten können wir hier nicht... Können wir duschen? Lassen wir mal lieber. So. Okay. Wir sollen jetzt... Flyer. Wir sollen jetzt hier im Telefonbuch wahrscheinlich nachschauen nach der Nummer. Also. Gracie Holland. Gracie Holland. Hä? Bin wieder los, ne? Passwort für das Schlafzimmer. Ah, das könnte auch sein. Aber da brauchte man den Schlüssel, glaube ich, für. Aber können wir gleich mal nachschauen? In dem Spiel geht es darum, dass wir ein Detektiv sind. Und wir sind gerade aufgewacht und haben einfach einen Zettel mit diesem Namen gefunden. Und wir müssen jetzt rausfinden... Ähm... Bin ich jetzt lost? Wieso finde ich denn das nicht? Ach... Ach so, ich muss nach den... Ach so, ich verstehe. Okay. Das heißt H. A, B, C, D, A, H. So. Holland. 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 Da. Haben wir gefunden. Gar kein Problem. So. Jetzt können wir nochmal hier untersuchen. Das heißt, wir haben das. Das ist das. Dann haben wir hier nämlich das. Das heißt, wir wissen jetzt, wo diese Person anscheinend wohnt. Baupläne. Wir haben sogar einen Bauplan davon. Auf der Karte anzeigen. Ach so. Okay. Ja. Gut. Nehmen wir erstmal mit. Schauen wir uns später an. Genau. Da ist sie. Was auch immer es ist. Ich gehe besser vorbereitet. alte Detektiv-Ausrüstung. Hier sind wir kurz ausgerastet. Der stand mir nämlich auch im Weg, der Stuhl. Muss ich ganz klar sagen. Okay. Den Code, wie gesagt, nicht vergessen. Weil hier ist safe. Guck, da brauche ich einen Schlüssel für irgendwie. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das unser Code ist. Aber 1, 2, 3, 4 ging ja nicht. Aber wer weiß. Wir haben es ja noch dabei. Schlüssel zu den alten Polizeisachen ist verloren gegangen. Als unser Partner vermutlich ausgezogen ist. Unsere Partnerin, unser Partner. Hast du eigentlich auch ein cooles Intro? Was? Hast du eigentlich auch so ein cooles Intro? Also wenn du dich vorstellst. Ach so. Ja, natürlich. So, warte. Ich soll das jetzt knacken hier. Habe ich verkackt, ne? Was sollte ich denn machen da? Suche nach Handnadeln. Hä? Musste ich gerade irgendwas machen? Stand da irgendwas? Schnell als die Polizei erlaubt. Ja echt. Da müsste eine Haarnadel. Da, ne? Da stand doch gerade neben die Haarnadel. Aber ich sehe keine. Das ist ja auch alles im Weg. Hä? Okay, wir finden vielleicht woanders noch eine. Hat jemand zufällig gerade gesehen, ob ich irgendein Tutorial weggeklickt habe? Also weil warum, äh... Hat das mit dem Schlossknacken jetzt nicht geklappt? Ich brauche eine Haarnadel, Leute. Eine Haarnadel brauche ich. War nichts, oder? Hier ist ein Schwamm. Habe ich jetzt meine einzige Haarnadel gerade verkackt? Nimm die Büroklammer. Ja, wo? Ich sehe keine Büroklammer hier. Hä? Guck mal, hier zeigt ihr mir das ja sogar an. Aber da liegt nichts. Habe ich das Spiel jetzt kaputt gemacht? Ah, da liegt noch was. Schlösser knacken. Hast du... Halte Ausschau nach Büroklammern und Haarnaden. Diese können knacken von Schlössern verwendet werden. Jedes Schloss hat seine eigene Stärke. Wenn du den Vorgang beginnst, in dem du den Türgriff interagierst, zeigt sich die Anzeige der Balken. Wie viele Versuche du benötigst, um das Schloss zu knacken? Ach so. Das heißt, ich brauche für jeden Versuch ein Dings. Ja, okay, verstehe. Du kannst die T-T dazu wenden, um Sicherheitssysteme zu sabotieren. Okay, und wir haben nämlich jetzt eine Sache schon gemacht hier. Das heißt, wir machen jetzt Nummer 2 und jetzt müsste es offen sein. Nein? Doch. Ach, das ist nochmal extra verschlossen. Okay, wir brauchen noch einen D-Trick. Nehmen die Ausrüstung. Ne, anscheinend soll es. Okay, maybe... Da steht das Schloss wäre auf. Aber ich kann nichts macken. Tiffany, Hallöchen, wie geht's dir? Warte mal, ich habe eine Idee. Also, es wäre natürlich super ärgerlich, wenn wir jetzt einen Bug hätten. Aber ich habe eine Idee. Wir haben ja hier nicht umsonst einen Stuhl, ne? Ich muss da drauf. Guck. Ha, Profi. So holt ihr doch auch immer eure Sachen, oder? Ihr stellt euch kurz auf den Fernseher. Boah, 30 D-Tricke. Alter, jetzt geht's auch los. Okay, öffne die... Mir geht's sehr gut. Müll. Müll durchsuchen? Ach, guck mal, wir können sogar Müll durchsuchen. Wie toll. Nichts gefunden. Okay. Öffne ich die Falltafel und wähle den angehäfteten... Also, das Gebäude sollen wir auswählen. So, haben wir gemacht. Plane mithilfe des Beweisordners eine Route. Route planen. Schließe die Falltafel, indem du F drückst. Leute, sind wir bereit für unseren ersten Fall? Es geht jetzt raus in die wilde Natur hier. So. Achso, ich habe doch einen Schlüssel. Der Demo-Timer startet jetzt. Okay, wir haben jetzt 90 Minuten. Jetzt aber Speed. Okay, warte. Wir sollen... Oh man, ich finde das optisch irgendwie so nice, das Spiel. Was hat Tiffany gemacht? Oh, hallo? Also, jeder hat übrigens... Jeder dieser Personen hat auch einen eigenen Tagesablauf und so. Können wir nicht nehmen. Ein... Okay, das ist einfach nur Wodka. Können wir aber auf irgendeinem Grund nicht aufheben. Vielleicht sind wir voll. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, wir gehen mal hier weiter. Moin! Schön weitergehen. Schön weitergehen. Ja, ja, mache ich. Boah, ich stelle mir das so geil vor, wenn man dann sich hier alles so anguckt und dann die Leute kennenlernt. Moin! Moin! Reden! Unbekannter Bürger. Wie kann ich was? Muss ich mal... Achso. Guten Tag, wie heißen Sie? Ich bin Franco... Was geht dich da... Sag mal! Was geht dich das an? Kennen Sie diese Person? Das ist nicht genug Informationen, um Ihnen zu helfen. Das sind nicht genug Informationen. Na gut. Dann mach's gut, Bruder. Hachi! Oh, der war krank. Oh, Leute, der war krank. Guck mal, hier können wir unsere Wäsche waschen. Sieht richtig cool aus, oder? Moin! Aber ich weiß natürlich... Ne, wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir gehen jetzt direkt weiter. Wir wollen ja unseren Fall lösen. Es ruckelt leider noch ein bisschen. Mann, hier ist irgendwie so ein Restaurant oder so, ne? Ja, also es ist 64 Bit, nicht 68, aber ja. Und diese Städte sind halt immer zufällig generiert hier. Also wenn ihr das jetzt spielen würdet, würde es halt anders aussehen. Okay, wir sollen jetzt hier irgendwie... Wow, können wir da komplett hochlaufen? Ah, hier müssen wir hin. Okay, hier sollten wir hin, Leute. Was heißt das da unten? Ach so, wie laut das ist. Guck mal, wenn wir jetzt klopfen, hat das vier Lautstärke. Okay, wir klopfen mal. Ach so, jetzt sind wir auf Englisch. Aha. Ja, ich will da ja nicht einbraken. Ich wollte nur klopfen. You can... Okay, wir können also den Kasten finden, wo wir das deaktivieren können. Ah, und manchmal liegt der Schlüssel dann unter dem Dings. Das ist natürlich auch schlau. Oder wir können eben durch so Schächte kriechen, um in das Apartment reinzukommen. Ah, oder wir können einfach voll gegen die Tür rennen. Oh, dann könnte es aber sein, dass sie uns abknallen. Okay, wir klopfen erst mal. Hallo, ist jemand da? Tiffany, wir wissen noch nicht genau, worum es geht. Taschenlampe. Wir fragen mal die Dame hier. Entschuldigung, entschuldigen Sie uns kurz. Wer sind Sie denn hier? Guten Tag. Wie heißen Sie? Tut mir leid, das ist persönlich. Ach, schade. Es ist ein sehr kriminelles Haus hier. Das war mir direkt klar. So, wir können hier... Guck mal, da hinten ist eine Überwachungskamera. Ja, die filmt bis hier vorne hin. Hallo? Wer sind Sie? Jerome Holloway. Kennen Sie diese Person? Ja, ist mir bekannt. Das ist Gracie Holland. Ach, das ist ja toll. Leider dann irgendwelchen Gebrechen. Weiß nicht genau, woran. Aha. Habe ich heute in 001 blablabla gesehen? So gegen 0 Uhr 45. Wie spät ist es jetzt? Haben Sie etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Ich habe jemanden Verdächtigen gesehen. Das Haar war kurz braun. Um die gleiche Uhrzeit war jemand Verdächtiges in dem Raum da. Sieht wegen irgendwas ziemlich sauer aus. Kennen Sie diese Person? Achso, nein. Nee. Okay. Dankeschön. Das war sehr hilfreich. Okay. Wir müssen jetzt einmal hier... Ich will mal... Achso, ich muss mein Ding hier benutzen dafür. Nee, Schraubenschlüssel. Handschellen. Wat? Ich wollte das nicht aufschrauben. Guck mal, ich kann ihn werfen. Kann ich jemandem gegen den Kopf werfen mit dem Schraubenschlüssel? Okay, das ist natürlich blöd. Was wir natürlich machen könnten. Wäre einmal gucken... Ja, guck mal, hier ist auch... Ach nee, wir müssen ja hier rein. Ob hier was drunter liegt. Warte mal. Aha. Wieso sind denn da zwei Schlüssel drunter? Guck mal, der eine ist festgeklebt. Oh, da ist ein Fußabdruck. Achso, das ist von denen. Hallo, ihr lauft hier über meine Beweise. Okay, wir legen das natürlich zurück. Damit das auch niemandem auffällt. Und dann müssten wir natürlich jetzt hier eigentlich ganz entspannt... ...ääh... ...ääh, das aufschließen können. Guck. Unbefugtes Betreten. Oh, haben die das hier gesehen? Escaping. Ja, aber woher wissen die das? Oh, wir können uns... Oh Gott. Fingerabdruck nehmen. Zack, schnell Fingerabdruck nehmen. Oh nein, 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 nein. Leichnam. Hocken. Kann ich noch irgendwas machen? Analysieren. Suchen. Hammer. Ein Werkzeug für das... Wurde es mit einem Hammer abgekloppt? Okay, das ist einfach nur das Apartment. Das haben wir ja schon. Anhand der Untersuchung der Leiche kann ich feststellen, dass der Todeszeitpunkt zwischen 0 Uhr 2 und 0 Uhr 39 am Dienstag, den 3. Januar liegt. Dienstag, das war heute. Das war vor zwei Stunden. Okay, nehmen wir auch mit. Das heißt, wir wissen den Todeszeitpunkt, wir wissen den Ort, wir wissen, womit es geschehen ist. Vermutlich. Können wir noch was analysieren? Ne, das ist nur das. Ne, das ist das Gleiche. Okay. Oh, hier. Unbekannter Bürger. Okay, wir müssen jetzt rausfinden, ob das dieselbe Person ist. Wir haben den zweiten Zweiten. Sicher. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ein Foto und einen Fingerabdruck, aber wahrscheinlich alter Erwachsenen. Okay, das... Ah, guck mal hier. Jetzt hat er das nämlich automatisch connected. Also das ist die Person und die ist um die Uhrzeit gestorben. Ach, im Real Life. Ich war gerade... Ich bin gerade... Hallo. Ich drücke immer den falschen Knopf, sorry. Ja. Okay. Fingerabdruck haben wir genommen, das haben wir analysiert. So, was haben wir hier? Schmutzige Serviette. Papierserviette, die bereits benutzt wurde. Naja, ich weiß nicht, ob wir jetzt DNA-Analysen machen können, ne? Ach, da oben ist die Kamera. Oder was? Ah, ne, die ist vor der Tür, ich verstehe. Aber eigentlich kann doch niemand da irgendwas... Ach, wir machen erstmal den Fernseher aus. Geht nicht raus. Telefon, vielleicht können wir gucken, wo als letzt... Ne, können wir nicht. Untersuchen. Zerknittertes Papier. Ne, da steht nichts drauf. Donnerstags bin ich auch immer, hallo. Das ist ein Buch, Adressbuch. Vielleicht können wir da noch irgendwas rausfinden. Guck mal, hier Adressbuch. Wollen wir die Information mal mitnehmen? Es ist irgendwie schade, dass eure Namen jetzt hier nicht auftauchen. Ich meine, vielleicht ist es auch noch ein Bug, aber... Oder steht hier irgendwas von eurem Namen? Doch, guck mal! Hier ist Jörgsen! Jörgsen, hier bist du! Ach, toll. Das Adressbuch nehmen wir mal mit. Das ist nämlich das Adressbuch hier aus dieser Wohnung. Stadt Verzeichnisgut, das haben wir selber. Haben wir hier irgendwas im Kalender? Ah, ja, guck mal, hier. Hier, guck mal, triff dich mit... Hä, wir sind doch selber Gracie. Ähm... Februar, hier. Achso, das war im Januar. Okay. Wolle. Ja, okay, Wolle kann uns jetzt egal sein. Garn ist uns egal. Da oben könnten wir zur Not rauchen. Oh, was ist denn mit der Küche los? Das ist aber nicht schön. Schmutziger Teller. Ja, das ist uns egal. Was ist das denn? Snackdose. Warte mal, hier ist eine Notiz. Oh, guck mal. Heute Abend, du brauchst eine Waffe. Geh zu... Was? Juniper Resource. Klopf an und dann nenn das Passwort Corel. Okay, das nehmen wir auch mit. Da müssen wir hin. Als nächstes. Das heißt, das heften wir uns hier an. Oh Gott, ich habe irgendwie gleich zu viele Informationen. Also hier müssen wir hin. Ähm. Das heißt, wir schauen jetzt einmal hier im Buch nach. Untersuchen. Wir wollen da hin einmal, bitte. Äh, jetzt ist die Frage. Müssen wir unter R suchen? Ach so. Standort. Ach, wir wissen schon, wo das ist. Ach, wir wissen schon, wo das ist. Wir müssen das gar nicht nachschauen. Da würde ich sagen, gehen wir als nächstes hin, oder? Okay, der sagt hier immer noch, identifizieren Sie die Leiche. Aber habe ich doch jetzt alles gemacht, oder? Ja, ich würde mal sagen, das ist doch die unbekannte Bürgerin. Profil. Ja. Hä? Okay, wir müssen irgendwie vielleicht ein Portemonnaie oder sowas finden. Okay, hier werden wir nichts finden. Irgendwie habe ich das eingestellt, dass er voll langsam schleicht jetzt hier. Hier, vielleicht steht hier irgendwo der Name drauf. Ausgedruckte Mail an Gracie Holland von Unbekannt. Neue Richtlinie. Danke, dass Sie uns kürzlich kontaktiert haben und eine Lebensversicherung beantragt. Leider haben Sie unsere Prüfer gegeben, dass Sie nicht erforderliche soziale Voraussetzungen erfüllen. Prüfen Sie stattdessen Alternativen für ehemalige Straftäter. Ah, sie war mal eine Straftäterin. Schaut mal. Okay, interessant. Also, sie war mal eine Straftäterin und konnte deswegen keine Lebensversicherung abschließen. Visitenkarte. Das ist sie doch hier. Gracie Holland. Aber wie soll ich die denn jetzt... Informationen. Neue Informationen von Gracie Holland. Und wo werden die jetzt eingetragen? Frage ich mich. Werden die hier eingetragen? Profil. Ausgedruckte Mail. Ausgedruckte Mail. Ausgedruckte Mail. Von an. Genau. Das heißt, wir haben jetzt mehr Informationen davon. Lara Hallöchen. Wie geht's dir? Ah, hier sind noch mehr Sachen. Zugangscode. Merkt ihr mal diesen Zugangscode? Zahlen rückwärts von 8. Warte mal. Kann ich die Sachen... Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, guck mal. Wir können uns die Sachen dann von hier alle jeweils immer anschauen. Merkt ihr den Zugangscode? Okay, das gehört jetzt... Kamera. Illegale Aktion. Okay. Anti-Baby-Pille. Ziemlich müde, aber trotzdem gut. Das freut mich. Aha. Sie hatte Dinge vor. Okay, einfach nur... Ein Buch. Ein Hammer. Gut, das ist einfach nur der Hammer. Ist da jemand? Nee, hier ist niemand. Alles gut. Okay. Kissen. Aufheben. Lukas Krohn. Nix drunter. Guck mal. Vergiss nicht, wer dir was schuldet. Ah. Ah. Ich will am liebsten alles mitnehmen, aber wir... Ach, guck mal hier. Das wird dann auch damit connected. Guck mal hier. Kessel. Kessel. Was liegt da? Was ist das? Das sieht aus wie ein USB-Stick. Okay, ran zoomen wäre noch geil. Was ist das? Lebensmittelkonserven. Die sind uns egal. Aber hier haben wir schon alles angeschaut, oder? Ich meine, wie soll ich die denn jetzt... Oh, da ist ein Schlüssel. Ah, jetzt... Das ist einfach nur für das Haus hier, ne? Dass sich Türen in beide Richtungen öffnen. Ja, ne? Ja, das ist schon nice. Ach, guck mal. Ah, schaut mal hier. Jetzt haben wir sie identifiziert. Da ist ein Bild drauf. Jetzt konnten wir es identifizieren. Jeder Bürger der Stadt hat einen einzigartigen Fingerabdruck. Du kannst sie mit diesem Fingerabdruck-Scanner in deinem Unitär-Scanner... Äh... Richte den Scanner auf die Stelle, die du scannen möchtest, falls die Oberfläche im Fingerabdruck enthalten. Ach ja, geil. Huch. Pointe-Scanner, okay. Und Fingerabdrücke werden in Sets angelegt. Set A ist das Erste, das du findest. Alle übereinstimmten Fingerabdrücke werden ebenfalls im entsprechenden Set zugeordnet. Wenn du beispielsweise Set A in einem Apartment und anschließend in einer Bar findest, kannst du beweisen, dass es den Bürgern zu einem Zeitpunkt an beiden Orten aufgehalten hat. Fingerabdrücke können mit der Zeit verschwinden. Das ist in der Tat Gracie. Ace Hallöchen. Boah, ich find das Spiel richtig cool. Also mir macht das voll Spaß. Ich find das voll nice. Man fühlt sich wirklich, als wär man so ein Detektiv hier irgendwie. Guck mal, und jetzt können wir nämlich... Ich find halt die Idee einfach total nice. Scanner. Ja, okay, warum stand da... Die Steuerung muss man sich... Ich würd gern den Fernseher ausmachen, muss ich ganz öfter... Hier. Okay, das sind die Fingerabdrücke von Gracie. Ja, das sind alles ihre Fingerabdrücke. Lass uns mal da reinschauen. Hä? Nein, ich hab das zugemacht! Nee! Nein, ich hab das vorhin zugemacht! Ah, warte mal, wir sehen ja, was sie da drückt. Fingerabdruck Typ B. Ah, guck mal hier, da wissen wir nicht, von wem das ist. Fingerabdruck... Fingerabdruck Typ B. Das heißt, das war die andere Person, die hier war. Ist das Spiel für einen Abend oder für mehrere Filme? Das ist erstmal nur für heute, weil das nur eine Demo ist. Genau, deswegen. Also wir können auch nur 90 Minuten hier oben... Ach, das seht ihr nicht. Wir können nur 90 Minuten spielen, da oben läuft eine Zeit ab. Das seht ihr jetzt gar nicht. Wir haben jetzt noch 70 Minuten Zeit, weil das halt, wie gesagt, nur eine Demo ist. Irgendwie kriegen wir die ganze Zeit Geldstrafen. Okay, wir rufen gleich nochmal an, wir suchen noch nach ein paar Hinweisen. Alter, ich möchte diesen Fernseher gerne ausmachen. Ach, danke. Letty Hallüchen, wie geht's dir? Okay, wir suchen noch nach ein paar Hinweisen, würde ich sagen, oder? Wir finden hier bestimmt noch was. Also ich kann es ja gerne mal ein bisschen zuschauen. Ich finde es, also bis jetzt finde ich es richtig cool. Arbeitsplan von Racer Ost. Vor allem, es ist halt wirklich anscheinend bei jedem Durchspiel ein bisschen anders. Hä, warte mal, was? Arbeitsplan. Warum, was stand denn da jetzt gerade an Informationen? Zerknittertes Papier. Okay, nee, da steht leider nichts drauf. Sympathisches Lachen. Ja, definitiv. Okay, das ist wieder ihr Arbeitsausweis. Ja gut, den haben wir ja eben schon. Ach so, das ist jetzt verknüpft hier, ne? Genau, das haben wir jetzt verknüpft. Sehr gut. Hatten wir eigentlich eben schon. Hat er vielleicht nicht erkannt. Ich speichere mal ganz kurz zwischen. Nicht, dass uns das Spiel abschmiert. Man weiß ja nie. Okay, hier war ihr Zimmer. Hier waren wir zwar auch schon drin, aber lasst uns noch mal ganz kurz. Wir wollen ja schon auch Aufbewahrungsbau. Schaut mal, vielleicht ist da doch. Arbeitsvertrag ist unwichtig für uns, ne? Ja, ist erstmal unwichtig. Ach, aber neue Informationen. Ja, aber das ist nicht so important. Dina Hallöchen, wie geht's dir? Und Sina Hallöchen. So, ich würde sagen, pass auf, wir rufen da jetzt mal an. Okay. Wählen. Okay, die letzten Anrufe. 5, 4, 1, 0, 0, 0, 0. Okay, letzte Anrufe. Letzte Anrufe. Das war die Telefonnummer des letzten Anrufers. Ein Anruf um 23.18 Uhr. Also gestern Abend. Gestern Abend gab es hier eine Reaktion. Äh, nee, Reaktion. Gestern Abend gab es hier einen Anruf. Und der Nummer. Wollen wir die Nummer anrufen oder wollen wir da lieber rausfinden? Warte mal, nee, wir machen das anders. Wir haben hier die Nummer. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Pass mal auf, wir machen das. Wir schauen einmal nach. Kann man hier nach Nummern? Ja, da müsste, nee, kann man nicht. Ach, das ist ja auch kein Telefonbuch. Wir schauen mal hier im Telefonbuch nach. Ob wir diese Telefonnummer hier finden. Ja, ich habe mir kurz versprochen. Habe ich gerade das Wort Reaktion gelesen. Hier. Das ist sie doch. Wie kann ich die connecten? Hier. Die Nummer. Artikus. Artikus war das. Hat er angerufen hier. Nein, ah. Das heißt, die beiden. Das möchte ich hier anpinnen. Und dann, ich glaube, man kann auch irgendwie selber Connections machen. Warte mal. Irgendwie ging das auch selber. Und Tiffany, willkommen zurück. Wie kann ich denn hier selber nochmal eine Connection machen? Naja, wir legen die einfach nebeneinander. Ach, great. Ah, so. Okay. Telefonnummer. Ne? Hier, das ist nämlich die Telefonnummer von dem. Also, der ist das. Genau. Und der, warte mal. Und der. Wo haben wir die Telefonnummer nochmal her? Ich habe schon wieder vergessen. Ach, der hat angerufen. Ach ja, genau. Der hat angerufen. Könnte jetzt ein Freund sein. Könnte aber auch der sein, der sie erpresst hat, ne? Warte mal. Hier ist doch auch noch eine Notiz. Code für den Safe. Safe. 8, 7, 6, 5. 8, 7, 6, 5. Ach. Weil ich habe den ja eben blöderweise zugemacht. Lass uns da nochmal einmal reinschauen. Hier, da sind doch safe auch Fingerabdrücke drauf. Ähm, Scanner. Und das sind ihre Fingerabdrücke? Kann ich da, okay, da kann ich nicht scannen, ne? Aber das zerknitterte Papier haben wir uns eh schon aufgeschrieben. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Diese Person, die hier war, ne? Huch. Die Person, die hier war, hat den Safe nicht aufbekommen. Aber andersrum ergibt es doch keinen Sinn, weil als wir gekommen sind, war der Safe auf. Das heißt, vielleicht wurde sie gezwungen, diesen Safe zu öffnen. Das könnte natürlich sein. Sie wurde vielleicht gezwungen, den Safe zu öffnen und dann wurde sie umgelegt. Okay, wir schauen mal in den Mülleimer. Wir nehmen mal so ein paar Tipps vom Spiel an, weil wir ja nur eine begrenzte Zeit haben. Ivelina Hallöchen, wie geht es dir? Quittung, Aufbauung für Steuerunterlagen. Aha. Da an diesem Grill, schaut mal. Nicht gesehen zu werden ist die beste Chance zum Überleben. Der Punkt in der Mitte des Bildschirms zeigt an, wie du versteckt bist. Ein hohler Kreis bedeutet, dass du völlig verdeckt bist und andere dich nie mehr bemerken werden. Wenn sie sehr nah kommen, ein ausgefüllter Kreis bedeutet, dass du vollständig sichtbar bist. Die Farbe des Auges zeigt an, ob jemand oder etwas dich sehen kann. Wird es rot, hat der Bürger oder das Sicherheitssystem dich entdeckt. Jetzt solltest du also verschwinden. Wenn alles schief läuft, kannst du einen Kampf übergehen. Weder dazu die Fäuste. Ey, das ist so nice, ey. Es ist so cool. Ey, ey, es ist richtig nice. Und jeder Charakter hat halt seine eigene Wohnung, seinen eigenen Job. Geht halt seinem Leben nach und so voll cool. Du kannst wählen, ob du schlagen oder blocken willst. Ja, okay, ich gehe mal davon aus, wir wollen ja eigentlich nicht kämpfen. Isa, Hallöchen, wie geht es dir? So, diese Quittung heben wir natürlich auf. Ich würde die, ach guck mal hier, die ist auch in dem Apartment. Also das finden wir alles hier im Apartment. Da war irgendwie ein Treffpunkt. Das heißt, sie wollte sich da treffen. Warte mal, wir müssen mal ein bisschen sortieren. Den Hammer nehmen wir mal hier raus. Ich glaube, den habe ich aus Versehen einfach nur angeklickt. Den nehmen wir mal raus. Den brauchen wir nicht. Was haben wir hier für eine Notiz gehabt? Okay, das war unsere Startnotiz. Das haben wir jetzt eigentlich auch schon. Wir heben sie mal auf, aber wir packen sie mal hier oben in die Ecke. Das war der Fingerabdruck von Typ B. Davon gehen wir erstmal aus, dass das vielleicht dazu gehört. Könnte ja sein. Dieser Hallöchen. Okay, und das war auch noch aus unserem Apartment hier oben. So, und das wissen wir jetzt nicht. Also das würde ich sagen, packen wir hier hin. Das ist eventuell dazwischen. Und hier wissen wir noch nicht, ob das mit ihr zusammenhängt. Achso, wir wollten ja den Müll. Oh, der stille Alarm wurde ausgelöst. Oh, scheiße. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Fuck! Oh mein Gott. Geht doch da drunter. Wieso geht der da nicht runter? Wieso konnten wir bei uns zu Hause unter das Bett? Können wir in den Schrank? Oh mein Gott. Oh. Achso, und kommen wir aus dem Gebäude. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spring da hoch. Spring doch. Ja, ich springe. Hä? Ich habe irgendeinen Schleichmodus eingestellt. Wir gehen ja auch so langsam. Wartet mal ganz kurz. Einstellungen. Steuerung. Da. Äh. Ach, wir können uns sogar neigen. Hocken, springen. Hä? Verstehe ich nicht. Hä, guck mal. Wir können uns neigen. Aber wieso kann ich da nicht hoch? Nein. 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 Oh mein Gott. Nicht, bitte nicht. Oh, weg hier. Oh. Nein. Wir sind übelst verhittet. Wo bin ich denn jetzt? Wir essen jetzt da drin Fleisch. Hauptsächlich sterben wir davon nicht. Nein. Jetzt ist es uns auch noch übel. Ach so. Ja, vielleicht sollten wir. Ja, zurück. Vielleicht sollten wir kein. Oh mein Gott. Ich glaube, wir gehen drauf. Okay, das Spiel ist realistischer, als ich dachte. Okay, vielleicht mit scharfe Soße mischen. Ach, Gott. Oh Gott. Oh Mann. Jetzt haben wir natürlich. Ja, ich dachte, das wäre bei dem. Okay, das Spiel ist realistischer, als ich dachte. Oh, wie ärgerlich. Okay, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Aus irgendeinem Grund. Alter, ich glaube, wir sterben gleich. Guck mal, wie wir zittern. Ach, wir bluten wahrscheinlich. Okay, wir müssen hier raus, Leute. Das hat keinen Sinn. Wir müssen hier ganz schnell raus. Oh mein Gott. Können wir hier unten vielleicht durch? Jetzt sind wir in der Kanalisation. Wir müssen hier irgendwie raus. Warte mal, vielleicht können wir in ein anderes Haus. Ja, ja, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein Keller hier? Nee, da verlaufen wir uns, Leute. Dann finden wir nie wieder raus. Uns geht es gar nicht gut. Ich habe halt Angst. Ich meine, es könnte halt sein, Okay, wir rennen raus. Wir rennen raus. Da sind sie. Der stand da gerade. Okay, wir sollen jetzt das Einreichformular für einen... Wir brauchen einen Arzt. Ich finde generell, der Style von dem Spiel ist so nice. Wir müssen aber nach Hause, Leute. Wir brauchen Medizin oder so. Uns geht es richtig schlecht. Kann ich irgendwo meine... Hier. Übel. Prellung. Eingehender Schaden. Okay. Ich habe hier drauf. Ich hätte Fäuste. Münzen. Ja, das ist alles gar nicht gut jetzt hier. Verschwinden von selbst. Du kannst aber auch einen Ort suchen, an den du dich übergeben kannst. Okay, Leute. Wir übergeben uns jetzt. Mir ist so schlecht. Tuti, Hallöchen. Wie geht es dir? Oh, Alter. Ich will mich übergeben. Wie geht das? Hallo. Wissen Sie einen Ort, wo ich mich übergeben kann? Huch. Nee. Guten Tag. Nee, ich wollte jetzt nicht mit dir reden. Hä? Ach, wir suchen... Warte mal, was? Aber wieso sagt ihr, wir suchen eine bestimmte... Wir wissen doch gar nicht, wie die Person aussieht. Nee, nee. Wir gehen jetzt einmal... Wir machen das Spiel mal so, wie es... Aber guck mal, uns geht es schon ein bisschen besser. Mal, die wärmen sich hier auf, die Süßen. So. Alter, aber wir zittern richtig doll. Was gebe ich für eine Tasse Kaffee? Oh Mann, ey. Boah, uns geht es gar nicht gut, Leute. Okay. Einreichformular. Wir wollen jetzt einmal ein... halt... aufschreiben, dass wir eine Leiche halt gefunden haben. Fall schließen. Nee, wir können doch den Fall noch nicht schließen. Fall lösen. Um diesen Fall zu lösen, beantworte bitte die folgenden Fragen, bevor du die Schaltfläche ins Senden benutzt. Ob du richtig gelingen hast, erfährst du innerhalb der nächsten Stunde. Okay. Wie lautet der vollständige Name des Mörders? Keine Ahnung. Okay, das müssen wir nochmal... Pass auf, wir müssen den Mörder erst finden, Leute. Das geht so nicht. Katalüchen. Ah Mann, wir brauchen irgendwie Medizin oder so. Könnte aber auch das Restaurant... Genau, jetzt schlägt er uns vor. Jetzt sagt er, was er noch machen könnte. Aber wir brauchen unbedingt irgendwas, dass es uns besser geht. Wir müssen einmal nach Hause. Spuren... Nächste Spur auswählen. Okay. Gibt dir fast immer mehrere Möglichkeiten, eine Ermittlung durchzuführen. Denk daran, aufgrund der simulierten Charakters des Shields könntest du einige Spuren in Sackgassen führen. Das gehört zum Job. Wenn du glaubst, genug Informationen zu haben, um den Fall zu lösen, fülle das Einreichformular aus. Andernfalls wähle eine Spur unten, um die Ermittlung fortzusetzen. Okay. Also, wir könnten jetzt die Telefonanrufe überprüfen. Wir könnten ins Deiner gehen, wir könnten ins Büro gehen oder den Waffenhändler überprüfen. Was meint ihr? Was wäre jetzt am sinnvollsten? Ähm, ich würde vielleicht sagen, das Telefonat finde ich war... Also, ich würde dem Telefonat nachgehen. Weil wir wissen, wer das ist. Wir müssen nur diesen Artikus hier finden, oder? Deiner Telefon... Also, ich... Weil da hat jemand direkt vorher angerufen. Das heißt, es ist entweder die Person, die sich vergewissern wollte, dass sie zu Hause ist, oder es ist eine Person, die sich Sorgen gemacht hat. Ich... Wir machen das. Wir machen Telefonanruf. Aber wir müssen irgendwie rausfinden, wie es uns besser gehen kann. Weil wir sind übelst am Zittern. Ah, das kann aber auch sein, dass wir so zittern. Weil wir energisch sind. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich würde halt gerne mich übergeben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dieses Zittern nervt doch schon ein bisschen. Okay. Also. Beantworte die Fragen. Genau. Finde das... Finde den Telefonrouterschrank. Aber wir wissen doch, wer angerufen hat. Das verstehe ich jetzt nicht. Na gut, wir schauen mal nach. Das war wahrscheinlich da im Keller, ne? Ich habe doch energisch gesagt. Was habe ich gesagt? Vielleicht gibt es... Ah ja, einen Mülleimer wäre eine gute Idee. Richtig. Ja, hier vielleicht. Hä, eine Trommel? What? Ja, sorry. Ich will jetzt nicht die ganze Stadt hier versauen. Aber ich muss mich irgendwo hin übergeben. Damit will ich nichts zu tun haben. Jetzt ist mir auch noch kalt. Ich muss mich aufwärmen. Ja, es ist... Man bedürfen... Da! Ihr steht im Müll. Okay, wo muss ich hin? Da unten muss ich rein. Das heißt... Was haben wir hier? Oh, das sieht aus wie ein Medical Center. Wollen wir da mal ganz... Wir haben blöderweise kein Geld, ne? Alter, warum zittern wir so verbannt? Ach doch, wir haben doch Geld. Jetzt habe ich einen Verband. Anlegen. Warum habe ich mir gerade einen Verband gekauft? Wir haben eine Prellung. Warum habe ich gerade einen Verband gekauft? Okay, wir können uns ein Antidepressivum kaufen. Was ist das? Reizdarmsyndrom. Also wenn wir mal ein Reizdarmsyndrom haben. Wärmekissen. Boah, Alter. Da ist das komplex, ey. Schmerzmittel stand da. Okay. Wollen wir mal machen. So. Bringt uns das was? Guck mal. Schmerzmittel können die Erhöhung beschleunigen. Ja, sehr gut. Wir müssen uns irgendwie aufwärmen. Vielleicht einen Kaffee kaufen oder so. Ach, guck mal. Irgendwas ist... Ach so, kalt ist uns jetzt nicht mehr. Das ist schon mal gut. Aber es nervt halt einfach übelst, dass wir so am Zittern sind. Was ist das denn? Hallo? Mann, ich würde so gerne den Fall weiterlösen, aber nicht, wenn wir die ganze Zeit so zittern. Gibt es hier was gegen Übelkeit? Was kauft man denn gegen Übelkeit? Also, wir merken uns... Hier, gegen Übelkeit. Der Inventar ist voll. Ach so, scheiße. Das kommt weg. Hier, gegen Übelkeit. Gleich haben wir gleich nochmal Pleite. Komm, das muss doch wirken. Um, OMIP oder MCP kenn ich nicht. Das wirkt irgendwie nicht. Na, egal. Jetzt zittern wir natürlich die ganze Zeit, ne? Okay, wir sollen... Ach, guck mal hier. Okay, wir müssen nochmal in den Keller, Leute. Also, ich gebe euch auf jeden Fall den Tipp, esst kein rohes Rindfleisch. Ah, wir müssen da rein. Warte mal. Man kann irgendwie warten. Pass auf, lass uns mal... ...warten. Ach so, das kann ich nur zu Hause wahrscheinlich. Oder kommt ihr... Ja, wie soll ich da denn jetzt rein? Ja! Oh, Mann! Mann, ich hab doch nur geguckt! Oh, Junge, was ist denn das für ein Haus hier? Ja! 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 Alter, naja, immerhin, uns ist es nicht mehr übel, ne? Zahle die Arztgebühren und erhole dich vollständig. Ja, machen wir. Dann geht's uns wenigstens wieder gut. Ja, ich muss da rein. Okay, wir gehen da nicht rein. Wir machen das anders. Aber wie nice das ist. Guck mal, man kann jetzt hier einfach... ...halt dann auch wirklich... ...aufs Maul kriegen, ne? Jetzt ist natürlich viel Zeit vergangen. Das ist natürlich gar nicht... Oh, schickes Krankenhaus. Das ist natürlich gar nicht gut. Nee, einfach ist es nicht. Das stimmt wohl. Okay, pass auf. Ich hab ne andere Idee. Da stand, dass wir das irgendwie ändern können. Hier, das müssen wir finden. Wer ist das denn? Da stand doch irgendwie... Ach, guck mal, wir können auch hier individuelle Fälle dann später machen. Pass auf, wir machen das jetzt. Da stand eigentlich, dass man das ändern kann auch. Aber ich weiß nicht, wo. Kein Fall auswählen. Einführung. Nein. Na, egal. Genau, manchmal muss man auf die Schnute bekommen, um geil zu werden. Weiß noch jemand, was da eben stand? Wie man sein... Weil ich würde... Vielleicht gehen wir dann doch lieber ins Diner vorher. Okay, wir versuchen es nochmal einmal. Ich weiß aber nicht, wie wir das machen sollen. Bin ich ganz ehrlich. Wo geht es denn hier nochmal rein? Da. Da geht es rein. Okay, wir versuchen es nochmal, Leute. Wir machen jetzt einfach nicht die Tür auf, sondern... Guck mal, von da müssten wir reinkommen. Da lang. Das heißt, hier. Hier dürfen wir ja... Ah, da ist auch eine Kamera. Von wo wird denn die Kamera gepowert hier? Oh, das ist schwierig, ne? Das wäre ja super... Das wäre ja super... Alarmschalter. Alarm auslösen. Nee. Boah, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann geht doch wieder Alarm los. Hier läuft auch überall die Polizei rum. Ja genau, aber durch die Schächte, dann muss... Achso, komplett durch die Schächte. Aber ich muss ja hier in irgendeinen Raum rein. Moment. Das habe ich irgendwo gesehen. Hier. Schaut mal. Was war denn das nochmal hier für ein Ding? Oh, wir haben irgendwo diesen Standort gefunden. Da sollst du dich treffen oder so, ne? Oh, das war schlau jetzt. Oh, I hate it. Das gibt es doch nicht. Lina, dankeschön für deine fünf Monate. Vielen, vielen Dank. Junge! Wir müssen das irgendwie ausmachen. Aber wie? Wie machen wir das aus? Vielleicht hier? Aber das ist ein Alarm. Ich will ja keinen Alarm auslösen. Hände trocknen. Ich will mir nicht die Hände trocknen. Munition. Das war ein bisschen laut. Wie kriegen wir das aus? Okay, das ist das hier. Über das. Über das. Also wir müssen dieses Ding hier ausschalten. Aber ich weiß nicht. Ich habe keine... Ich habe nichts zum Aufbrechen. Setze Problem. Kann ich das verkloppen? Nee, ich habe keinen Dieter. Mist. Warum ist hier bei Blut? Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen lost. Okay, warte. In welchem Raum waren wir gerade? Ich habe nämlich noch eine Idee. Ja, okay. Da oben komme ich nicht dran. Hä? Hä? Mann, hätten wir den anderen den Beweis ausgewählt. Ihr habt es doch noch gesagt. Wie ärgerlich. Oh Mann. Die Zeit läuft runter. Okay, pass auf. Ich habe noch eine andere Idee, was wir einmal kurz machen können. Wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Wir müssen einmal in unser Apartment. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt finden. Haben wir nicht hier gewohnt? Ich glaube, wir haben hier gewohnt, ne? Und dann hier? Ha! Oh mein Gott. Als ob ich das jetzt gerade einfach so gefunden habe. Pass auf. Wir gehen mal einmal hier hin. Und wir wählen jetzt einmal diese Nummer hier. Wir gucken mal, wer sich da meldet. 4, 6, 3, 2, 5, 7, 3. Bitte geht auch. Guten Tag. Wie heißen Sie? Als würde ich das dir verraten. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Kann ich gar nicht sagen. Wiedersehen. Mir doch egal. Was? Ah, verdammt. Okay. finden wir denn Artikus. Ist das... Ja, das ist wahrscheinlich der Vorname. Das kann natürlich jetzt alles heißen, ne? Wir könnten natürlich mal rumfragen. Wunder ich mich gerade auch, dass ich die gefunden habe. So, wir fragen mal rum, oder? Würde mich eine fremde Nummer anrufen und das sagen, würde ich auflegen. Ja, ich weiß. Aber ein Versuch war es ja wert. Warte mal. Vielleicht hat sie einen Brief bekommen noch. Oder vielleicht können wir irgendwo Dietriche kaufen. Warte mal, wir reden mal mit dem. Warte mal, wir reden mal mit dem. Ähm... Wer sind Sie denn? Als würde ich dir das verraten. Aha, er redet genauso wie der eben. Äh... Haben Sie etwas... Kennen Sie diese Person? Ja, die. Kann Ihnen nicht helfen. Oh, bitte. Ist natürlich schade. Wir, die Oma, die hilft uns. Wie heißen Sie denn? Die wollen uns alle nicht die Namen sagen, ne? Ähm... Kennen Sie diese Person? Das sind nicht... Ja, das sind nicht genug Informationen. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Artikus. Das ist bestimmt ein Künstlername. Aber wo kriege ich denn einen Dietrich her? Was ist das hier? Larissa, hallöchen. Ja, man kann die Leute auch beschatten. Ja. Hier, Market. Warte mal, hier. Wir müssen Dietriche kaufen. Moin. Äh... Ich möchte etwas kaufen. Wie heißen Sie denn überhaupt erst mal? Alter, ich will doch... Boah. Da möchte ich halt etwas kaufen. Zeitung. Cola. Zigaretten. Verdammt. Verdammt. Ich kann das hier nicht kaufen. Gesundheitsinspektor. Ich muss Ihre Räumlichkeiten prüfen. Haben Sie etwas Ungewöhnliches? Hat nichts Ungewöhnliches gehört oder gesehen. Verdammt. Okay, hier können wir nur Essen kaufen, leider. Moin. 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 Ach, hier ist gar keine Tür. Ist das das Haus hier? Ja, schon wieder ein anderes, ne? Geht's dir gut? Geht so. Wer sind Sie denn? Steck deine Nase nicht in meine Angelegenheiten, Sommer. Kennen Sie diese Person? Mist, ey. Ja, Zöller, wir haben ein Problem. Wir haben keine Dietriche mehr. Und wir brauchen unbedingt Dietriche. Das ist wirklich nicht gut. Hat irgendjemand von euch eine Idee? Okay, wir gehen nochmal runter. Wir werden es nochmal einmal versuchen. Weil früher oder später, das ist... Huch. Huch. Das ist das, was wir... Stopp, stopp. Nein. Hä? Ich hab Dietriche. Hä? Ich hab ja ganz viele Dietriche. Warum konnte ich das nicht machen? Moment. Ja, ich will das... Ach, ich muss einen Rechtsklick dafür machen. Ja, aber das sehen die doch in der Kamera, oder? Ja. Ja. Ah, warte mal. Aber wenn wir das Licht ausmachen, nicht. Ah. Ja, wir machen kurz das Licht aus. Zöller, das Spiel ist generell voll cool. Ich hab's leider gerade ein bisschen verkackt. So. So, jetzt haben wir das Sicherheitssystem. Ah, geil. So, jetzt müssten die ausgeschaltet sein. Achso, das ist eine andere. Aber das ist nicht schlimm. Das führt hier lang. Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht... Die ist noch an. Ah, da müssen wir hin. Hm? Okay. Okay, Schluss knacken. Öffnen. Ausschalten. Oh mein Gott. Tür schließen. Licht anmachen. Oh, sehr gut. Safe. So. Okay, wir sind jetzt erstmal in dem... Ich bin in den falschen Raum gelaufen. Aber egal. Hier wollte sie ja auch irgendwas machen. Ein Teppichmesser. Ich bin in den falschen Raum gelaufen, Leute. Kann es sein, dass sie hier gearbeitet hat? Mitarbeiterkarte. Typ C. Ist ein anderer Fingerabdruck. Picelli ist hier. Picelli-Smith. So, so. Ich wusste doch gleich, da ist was. Im Argen. Panzer. Was? Also ich weiß, dass hier auch irgendwas war. Aber hier sollte sie sich treffen oder so. Wieso ist hier eigentlich kein Licht? Munition. Weil schaut mal, hier haben wir ja einen Hinweis hingefunden. Hier, siehst du, das ist das Apartment hier. Aber ich weiß halt nicht mehr genau, warum wir das, was wir hier suchen. Vielleicht ist hier das Waffen. Warum ist denn hier eine Waffe? Munition. Okay, pass auf. Aber wir wissen jetzt, wie das geht. Wir gehen hier gleich nochmal rein. Wir gehen jetzt einmal hier rein. Dafür müssen wir... Das ist jetzt die Frage, wo der Kasten, wo das hinführt, ne? Aber theoretisch können wir auch einfach das Licht ausmachen und da reingehen. Wir müssen einmal den Lichtschalter finden. Oh, hier ist gar keine Kamera. Ja, okay. Das ist blöd jetzt. Das heißt, wir müssen da hin. Oh Gott. Oh Gott. Schade. Da unten ist ein Versteck, okay. Okay, die eine Kamera ist noch sauer auf uns. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Wenn wir da oben irgendwie hochkommen. So nämlich. Dann können wir einmal hier lang. Und jetzt ist... Achso, wir können hier bergauf klettern. Das ist ja nicht so realistisch. So, und jetzt kommen wir nämlich von hier da rein. Die Frage ist nur... Jetzt sind wir hier unter der Kamera, die eben auf uns böse war. Aber jetzt das Problem ist, schaut mal. Erstens ist hier irgendwie eine Sackgasse. Na toll. Hä? Hä? Das bringt uns ja gar nichts. Ich kann von hier... Ne, ich kann hier nichts machen. Also hier reingehen bringt uns in dem Fall nichts. Ich glaube übrigens nicht, dass wir das Rätsel hier noch lösen werden. Bin wir da gerade... Ach, von da sind wir glaube ich gekommen. Ne, 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 ne. Wir sind von einem davor gekommen. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wo sind wir denn jetzt hier? Scheiße. Ach, ne, doch. Passt. Okay, das funktioniert so. Wieso ist denn das Ding wieder an? Hä? Ach, da läuft ein Timer ab, bis die... Scheiße. Alarmschalt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, Junge, entspann dich. Oh, Junge, jetzt ist aber gut hier. Oh, wenn die mich jetzt wieder abknallen, ne. Oh, hätten wir doch den anderen Dings genommen. Das ärgert mich so. Lizzie, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ich würde so, so gerne unsere Aufgabe hier ändern. Aber ich weiß einfach nicht, wie das geht. Oh, das ist so schade. Ich würde so gerne einem anderen Hinweis hinterher gehen. Hä? Wieso ist das Adressbesuchbruch auf einmal leer? Hier, seht ihr? Seht ihr? Hier haben die sich getroffen. Da haben die sich nämlich getroffen. Hier. Das heißt, da müssen wir eigentlich nochmal rein. So, da war nichts drauf. Und da suchen wir nach Fingerabdrücken. Natürlich. Mann. Ja, das Problem ist, dass dieses Alarmsystem jetzt auf uns natürlich gar keinen Bock hat, ne. Schaut, wenn die da reingehen, dann sind die direkt gepisst. Oh, nein. Okay, wir müssen irgendwie... Ja, hallo. Ich würde da gerne rein. Ach, jetzt hat es sich beruhigt. Okay. Was denn, Mann? Ist das schon wieder so ein... Wir werden verfolgt. Alter, der will uns abstechen. Das ist aber kein Polizist. Okay, pass auf, Leute. Dem hauen wir jetzt eine rein. Unbekannter Bürger, seht ihr? Scheiße, der hat uns abgestochen. Das ist der. Oh, Mann. Das war der. Ich sag euch das. Das war der. Nee, wir fliehen nicht. Oh, Mann. Das ist ärgerlich. Nein, wir haben nur noch 30 Minuten, Leute. Ah. Wir müssen das rausfinden. Wir können doch nicht, dass Grace einfach umsonst gestorben ist. Hä, wir sind irgendwie in einem anderen Krankenhaus. Ah, nee. Wir sind hier oben. Nein, nein, nein. Der war... Ich sag euch das. Der war das. Ich sag euch das. Pass mal auf jetzt. Ich weiß jetzt, was wir machen. Das war gut, dass wir gestorben sind. Denn... Ah, nur gemacht's gut. Schön, dass du da warst. Äh, nee, Zöller, das ist eine... Ja, es ist doch Open World. Also es ist eine generierte Welt hoch, die bei jedem auch anders aussieht. Ähm, es gibt wohl später auch einen Sandbox. Das heißt, du hast also auch... Du hast auch eine Wohnung, die du selber einrichten kannst später und so. Also du führst einiges Leben. Du musst essen, du musst trinken. Kann man aber auch ausstellen im Sandbox dann später. Und du musst halt Fälle lösen. Du kannst auch mehrere Fälle gleichzeitig lösen. Du kannst dir die so ein bisschen aussuchen. Jeder hat hier ein eigenes Leben. So, wo ist... Ich renne jetzt mal am Eingang vorbei. Ja, durch die Demo ist halt nur 90 Minuten. Okay, pass auf. Ich habe aber eine Idee, was wir machen. Pass mal auf. Guck, hier waren wir vorher drin. Guck mal, die haben jetzt die Tür da wieder verschlossen. Oder bin ich im falschen Haus? Ja, die blöde Tür da ist immer noch auf. Wenn jetzt gerade wieder der Alarm losgegangen wäre, ne? Dann wäre aber hier... Wir gehen hier nochmal rein, weil hier wollten die sich treffen. Pass auf. Und hier suchen wir jetzt... Achso, das habe ich ja schon aufgemacht. Oh mein Gott, da ist jemand. Alter! Oh mein Gott! Ich wusste gerade nicht, wo ich mich verstecken kann. Der hat das wieder eingeschaltet. Hä? Wieso ist das trotzdem an? Äh... Ich glaube, das ist ein Bug. Oh, da sind wir hier... Ne, wir sind hier irgendwie falsch unterwegs. Hä? Okay, wir scannen trotzdem mal kurz. Ja, ich weiß nur natürlich jetzt überhaupt nicht. Da. D ist nochmal ein anderer Fingerabdruck. Oh nein, wie ärgerlich. Vielleicht an der Waffe. Vielleicht an der Waffe. Picelli war hier. Alter, erschreckt mich. Alter. Aber hier ist noch ein anderer Fingerabdruck. Was mache ich? Ja, ich versuche, einen Fall zu lösen. Es ist gerade schwierig. Ich hoffe, dir geht es gut. Leute, warum... Ich glaube, das hatte doch was damit zu tun, ne? Wir machen das nochmal hier. Die ist immer noch an. Ich verstehe das nicht. Sicherheits-Tür-Aufbrecher. Ja, das ist auch... Aber das führt doch genau dahin. Dann führt das hier... Achso, ich sabotiere das. Ich dachte gerade, was wäre das für ein Geräusch? Ist immer noch an. Ich muss sagen, das verstehe ich nicht. Also, ich muss sagen, das ging doch eben. Das ist... Also, es könnte halt auch sein, dass das noch jetzt ein Bug ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Och Mann, wir waren so gut drin. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Super ärgerlich. Wir wissen gar nichts darüber. Außer die Nummer. Wir wissen die Adresse? Wieso wissen wir die Adresse? Okay. Warum wissen wir die Adresse? Björni, hallöchen. Wie geht's dir? Ich hoffe, du kommst gut voran. Hä? Leute, wir wissen die Adresse. Oh mein Gott. Okay. Wo könnte das sein? Das hier ist... Ja, aber wie soll ich das jetzt finden? Das Haus. Ich muss erst mal das passende Haus finden. Die stand im Telefonbuch. Ich dachte, wir hätten nur die Nummer. Aber wie finde ich denn das Haus? Weil ich kann hier leider nicht draufdrücken. Ach, das finde ich vielleicht in meinem Adressbuch, ne? Warte mal. Okay, pass auf. Langlam lichtet sich. Das klingt schön. Das freut mich. Pass auf. Jetzt letzte... Oh, wir haben nur noch 22 Minuten. Oh mein Gott. Das macht übelst süchtig, das Spiel. Es macht richtig süchtig. Also, wenn man halt rätseln mag. Pass auf. Wir gehen jetzt hier rein. Zack. So. Was war das denn? Jetzt gehen wir hier hin. Und jetzt... Ach nee, das ist ja wieder nur nach Namen. Das ist aber das Haus. Immerhin. Dann hätten wir schon mal wenigstens das Haus. Ist doch das Haus. Ist doch das Haus, ne? Alles klar, Zölli. Ja, das ist das Haus. Okay, wir machen mal einen Weg dahin. Pass auf. Weg dahin. So. Und dann müssen wir nämlich nur noch die Hausnummer finden. Das ist kein Problem für uns. Ist das das Haus? Sag jetzt nicht, das ist das gleiche Haus, in dem wir gerade waren. Lol. Okay, die Person wohnt im selben Haus sogar. 604. Was war das? Das war 001. Ich gehe mal davon aus, sechster Stock vielleicht, ne? Warte mal, was haben wir hier? Ja, 1. Dann ist das 2. Yes. Ich würde jetzt gerne mein Navi wieder ausmachen. Egal. 3. 4. Ach, da ist auch ein Fahrstuhl. Egal. 5. 6, ne? Oder waren wir jetzt bei 5? 5. Okay, 6. 604, ne? Wie viele Leute hier wohnen, ey. Irgendwo lauft ihr hier alle rum, ne? Ist euch das bewusst? Ihr könnt hinter jeder Ecke sein. 604. Der hat abgeschlossen. Der hat abgeschlossen, Leute. Okay, wir machen jetzt folgendes. Wir nehmen jetzt... Fanny, Hallöchen, wie geht's dir? Wir nehmen jetzt unseren... Fingerabdruck. Typ B. Typ B. Das ist aus der Wohnung. Das ist aus der Wohnung. Oh mein Gott. Oh, wir haben noch 19 Minuten. Okay, pass auf. Das ist aus der Wohnung. Ist das geil? Pass auf. Das, dieser Fingerabdruck... Druck... ...an der Wohnung hier... ...ist Typ B. So. Den haben wir nämlich jetzt hier auch gefunden. Und wenn das dieser Fingerabdruck... Ich sag euch, das ist der hier. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie reinkommen, ohne dass hier wieder die Welt über uns zusammenbricht. Wir könnten natürlich klopfen. Aber ich denke, klopfen ist in dem Fall eine dumme Aktion. Ähm, wir könnten den Alarm sabotieren. Wir könnten aber auch einfach das Licht einmal ausmachen. Ja gut, das Licht kriegen wir wahrscheinlich nicht aus. Aber, dann müssten wir doch eigentlich jetzt hier... ...hat niemand gesehen. Äh. Okay, er kommt jetzt hier nicht mehr raus. Dann sabotieren wir noch das Alarmsystem. So. Bei dem Spiel... Wir sind wie... Was ist das? Ein Feuerwehrschlauch? Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, dann wird der uns... Ist verschlossen. Ah, er macht die Tür auf. Oh mein Gott, ist das spannend. Äh. Äh. Würden Sie Ihre Fingerabdrücke für Ermittlungen abgeben? Auf keinen Fall. Darf ich reinkommen und mich umsehen? Nein, raus hier. Haben Sie etwas Unmögliches gesehen? Nichts. Der verhält sich verdächtig. Wir müssen wissen, wer das ist. Wenn wir wissen, wer das ist, ich sag euch, das ist der Verdächtige. Kennen Sie diese Person? Warte. Das ist mein Freund, Gracie Hollins. Die Person arbeitet hier. Das ist mein Freund. Habe ich heute gesehen. Gegen 6.30 Uhr war die Person tot. Gegen... Die lügt. Der lügt. Der lügt. Der lügt so hart. Oh mein Gott. Der war doch schon tot um die Uhrzeit. Hä? Ich weiß doch die Adresse. Achso, der weiß nicht, ob ich da wohne. Oh mein Gott. Ja, hust, hust. Ne, mehr kann ich nicht. Wie kommen wir da jetzt rein? Ja, okay, tschüss. Tschüss. Er hat diesmal nicht abgeschlossen. Ah, jetzt hat er abgeschlossen. Verdammt. Wie sollen wir da reinkommen? Der ist es. Der ist es, Leute. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Warte mal. Ich habe eine Idee. Wir fragen mal die Nach... Da kommt keiner. Wir fragen mal... Erstmal machen wir dieses Tor da auf. Ach, hier sind zwei Schalter drin. Oh mein Gott. Ich habe eben den falschen Schalter. Ich habe den falschen Schalter benutzt. Okay, pass auf. Wir werden jetzt... Ja, wenn ich den Alarm auslöse, was bringt das? Ach, dass er dann rausgeht. Soll ich mal machen? Das wäre eine Idee. Es muss irgendein Nachbar doch... Jemand kommt an die Tür. Okay. Wir fragen nämlich jetzt, wer da wo drüben wohnt. Falls das geht. Ich hoffe so sehr, dass wir das lösen. Oh, Alter. Hallo. Nee, das ist einfach nur irgendeine Person. Wie heißen Sie? Haben Sie etwas Unnichtes? Nichts. Okay. Kennen Sie diese Person? Hier. Das ist mein Nachbar. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Habe ich... Ich habe es gesagt. Oh mein Gott. Gegen 2.30 Uhr. Mann, der war da unten. Sah sauer aus. So, nämlich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oh, ich wusste es. Hau ab. Was? Hallo? Mann, ich wusste es. So, jetzt wissen wir es. Guck mal hier. Jetzt wissen wir nämlich, dass das hier der ist. Das ist der. So, und jetzt müssen wir eigentlich... Wir wissen doch... Achso, wir wissen noch nicht, dass das der Fingerabdruck ist. Das heißt, wir müssen... Ja, aber die sind hier an der Tür. Also bitte. Wir fragen den jetzt nochmal. Ja, Artikus, ey. Die Sau. Ja, was? Junge, mach auf jetzt. Ich grob dir eine rein. Ich weiß, dass du da... Ich kann ihn das nicht fragen? Wie? Ich muss da rein. Kann ich den festnehmen? Warte mal. Was gibt's? Ja, warte. Ich müsste sie einmal festnehmen. Ja, nicht, dass hier... Ja, warte. Warte. Nein, er hat wieder abgeschlossen. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, wie wir es... Das ist der. Aber wir brauchen Beweise. Wir brauchen Beweise, Leute. Hier. Wie heißen Sie? Ian bist du. Okay. Kennen Sie diese Person? Habe ich heute... Habe ich gesehen. So gegen... Okay, da war er zu Hause. Hm. Warte mal. Wir müssen weiterfragen. Ach, jetzt ist das System wieder an. Kennen Sie diese Person? Habe ich heute gesehen? So gegen... Okay, das ist das Gleiche. Wie können wir denn jetzt... Wir können da nicht einbrechen. Doch können wir. Wartet mal. Okay, das ist ja auch... Ein bisschen verdächtig jetzt hier, ne? Ja, ich wollte doch nur... Ja, das ist doof. Wir müssen das wieder aufmachen. Die müssen hier weg. Ich wollte da ja gerade einbrechen. Haut ab. Ihr sollt gehen. Jetzt raucht der da. Ist das sein Ernst? Junge, du sollst weggehen. Ich wollte da gerade einbrechen. Ist das so schlecht, die Idee, Leute? So, jetzt sind sie weg. Ja gut, die können von oben gucken. Egal. Der ist halt zu Hause, ne? Der ist halt zu Hause. Die Tür ist verschwunden. Äh. Achso. Oh, Leute. Das ist halt zu Hause. Das sind seine Fingerabdrücke. Wieso kann ich die nicht connecten? Das ist doch offensichtlich, dass das seine sind. Das ist halt zu Hause. Das ist halt zu Hause. Äh. Verkloppt der mich gerade? Stopp! Ich sehe ihn gerade. Nein, er flieht. Ich kann nicht laufen schon wieder. Äh. Äh. Hä? 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 Das musste sein. Hä? Ich kann irgendwie nicht mehr laufen. Ich verdurste gerade. Warte. So, jetzt können wir nämlich ganz entspannt Boah, Alter, haben wir den jetzt getötet? Ja, Fingerabdrücke Mach doch Finger! Hä, warum kann ich keine Fingerabdrücke von dem nehmen? Warte Scheiße Ich wollte das ja ausmachen Wir sind übelst verletzt schon wieder hier Aber warum kann ich Kann keine Fingerabdrücke von... Das ist ein bisschen komisch Ganz ehrlich Das ist ein bisschen komisch Aber hier haben wir ihn richtig schön verkloppt So, jetzt rein hier Ach, wir haben den Trennschalter gemacht Deswegen ist das Licht überall aus Oh, er ist wieder wach Ja Hä? Haben sich etwas ungewöhnlich gesehen Nichts Boah, Alter, unsere Hände sind schon ganz rot Man muss auch als Polizist Äh, als Detektiv Muss man auch manchmal Muss man auch manchmal Dinge tun Ne? So, jetzt fesseln wir den erstmal Jetzt wollen wir nochmal gucken Hier, Kollege Ja, hier ist Detektiv live Ja Ist blöd jetzt für dich, ne? Bist du jetzt gefesselt Du Sau Wo ist denn dein blöder Lichtschalter Hier in der Küche? Ich muss mal was trinken Ne, Sojasauce wollte ich Scharfe Soße Lebensmittel Nehmen Wo ist denn hier dein Licht? Hä? Hat der hier kein Licht in der Küche? Blackhead, wie geht's dir? Hä? Der hat wirklich keinen Lichtschalter Hier in der Küche? Hä? Hä? Wo ist denn? Warte, haben wir da? Okay, wir nehmen jetzt erstmal Lebensmittelkonserve Essen So Zack Das nehmen Zack Trinken Das tut weh Er heult nicht rum Jetzt bin ich betrunken Das war Alkohol Na toll Ja Ich will Fingerabdrücki So Hier Was haben wir denn hier? Das ist das ganz normale Stadtverzeichnis Mann Der guckt uns an Deswegen können wir nichts machen So Hä? Jetzt ist er frei Also Wir können nichts machen Weil der hier ist So Okay Papier Hammer Ich weiß nicht Zigaretten Nagelbox Okay Was will er denn nageln Hier Eine Freundin Oder was? Kleiner Spaß Schublade Notiz Merk dir deinen Zugangscode Merk dir deinen Zugangscode Oh Mann Ich würde so Wir haben jetzt leider nur noch eine Minute Zeit Mann Ich würde so gerne weitermachen Assistenz der Geschäftsführung Ach Guck mal einer an Dietrich Zigaretten Hätten wir nicht so lange da draußen rumge Dings Brief Blut ist süß Wenn es aus gutem Grund vergossen wird Ey der hat Das ist so safe der Typ Pass auf Wir haben jetzt nur noch 28 Sekunden Wisst ihr was wir jetzt ganz schnell noch machen? Wir lösen den Fall Hier hätten wir die Spur ändern können Ist das Oh mein Gott Vollständiger Name des Mörders Oh mein Gott Wie heißt der? Wie heißt der? Scheiße Nein so heißt er nicht Da A A A T Kuss Was steht da? P P P Peike? P P Pade Keine Ahnung Mann Ach das müssen wir sogar noch ins Rathaus bringen Okay wir haben noch 7 Sekunden Ach Page Hieß er genau Och ärgerlich Ja jetzt ist Ende Eine Sekunde noch Deine Zeit ist abgelaufen Nein Ja wir könnten jetzt Schreibt auch sehr gerne in die Kommentare Ob es euch gefallen hat Und ob wir das Ganze nochmal spielen wollen Ja Vielen vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss